Vielleicht wollen die Gäste, schreibt Cedric, ja was anderes snacken als was Süßes. Habt ihr Wünsche? Ja. Bitte. Salette. Ist ja eine gute Idee, ja. Popcorn? Dann sagst du das jetzt wegen mir, oder? Mira, warte mal. Aber da muss ein anderes Setting her. Aber Robert, du kennst das noch nicht. Eigentlich, wir wollen es ja gar nicht nochmal sehen. Ich würde es gerne nochmal sehen. Fast, Robert und ich schauen aufs Match. Mira, du schaust dir nochmal dich selbst an beim Einlösen deiner Wette. Rapide. Übrigens, Mira, nachdem die Regie hat mitarbeiten müssen und einen zweiten Popcornkügel hat besorgen müssen, habe ich noch etwas für dich. Das ist so nett von euch. Danke an die Regie. Du brauchst die Regie weniger arbeiten mit Popcorn drinnen. Süß oder salzig? Sauer. Mahlzeit. Dankeschön. Bitte. Nein, ich trau mich nicht mehr. Der Alex war besser. Du darfst schon, glaube ich. Er hat nichts Gegenteiliges behauptet. Einfach Leihwand. Der Hashtag stimmt schon mal. Das war's mit dir. Er ist nicht so schlimm.